Aloha und ganz herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich dir gerne eines der neuen Geräte von Silhouette vorstellen. Ich hatte ja die Möglichkeit, mir die drei neuen Maschinen und insgesamt fünf Werkzeugtools sowie neue Technologien und Updates auf Oahu Hawaii vorstellen lassen zu können. Und natürlich möchte ich dir gerne davon berichten. Wie gesagt, stelle ich dir in diesem Video den Curio 2 näher vor. Die beiden anderen Geräte, den Cameo 5 und den Portrait 4, in weiteren Videos. Das Gerät, den Curio 2, besitze ich derzeit leider noch nicht. Aber alles, was mir präsentiert und erklärt wurde, möchte ich gerne mit dir teilen und hier mit diesem Video weitergeben. Beginnen wir doch direkt mit dem Design, welches ich sehr schön und gelungen finde. Wie du wahrscheinlich schon erkennen kannst, handelt es sich beim Curio 2 um einen Flachbettplotter. Das bedeutet, dass sich nicht mehr das Material unter dem Messer bzw. dem jeweiligen Werkzeugkopf hin und her bewegt, wie du es gewohnt bist, sondern dass sich der Arm, den du hier erkennen kannst, mit den Toolhaltern fixiert dran, dass sich dieser hin und her bewegt. Das bedeutet, du brauchst nach hinten keinen Platz mehr freizuhalten und kannst den Curio 2 bequem an seinen Platz stellen, wo er dann auch bleiben kann und nicht mehr bewegt werden muss. Das bringt uns jetzt auch gleich zu der Frage, welche Größe man maximal mit dem Curio 2 bearbeiten kann. Das sind 12 mal 12 Inch, also 30,5 mal 30,5 Zentimeter maximale Arbeitsfläche. Neu beim Curio 2 als auch beim Cameo 5 und dem Portrait 4 ist ein elektrostatischer Aufsatz. Dieser erzeugt per Knopfdruck ein elektrostatisches Feld, welches dünnere Materialien bzw. Papier ganz ohne klebender Schneidematte best fixieren kann. Das heißt, auf diese Weise können delikate, feine Schnitte gemacht werden, ohne dass im Anschluss auf dem Papier Klebereste zu sehen sind. Das Papier wählt sich nicht, wenn man es von der Matte abnehmen muss, weil einfach das Feld mit einem Knopfdruck wieder aufgelöst, entladen wird, das Material hochgehoben werden kann und einfach die zu entgitternden Teile herausfallen und das Papier schön zu sehen ist. Ich habe hier auch ein Beispiel mitgebracht, damit du dir das auch direkt vorstellen kannst. Das wurde einfach draufgelegt, geschnitten, die inneren Teile sind liegen geblieben, das Feld wurde dann quasi aufgelöst und man konnte das einfach abheben. Neben diesem elektrostatischen Feld gibt es aber eine weitere neue Eigenschaft des Curio 2, die mir besonders gut gefällt. Und zwar ist das, dass man Materialien von bis zu 20 mm Höhe anbringen kann. Im Zusammenhang mit dem neuen Foil-Tool, dem Power-Engraver oder auch dem Pen-Holder ist das eine wirklich tolle Sache. So kann man nämlich direkt Notizbücher mit Hot-Foil-Veredelungen versehen, so wie in meinem Fall hier Acrylplatten gravieren oder auch Leinwände kunstvoll verschönern. Die Höhe des Materials wird dabei automatisch erkannt und alles dementsprechend vom Gerät direkt eingestellt. Dazu ist das Gerät sehr leise und kein Vergleich mehr zu dem, was du vielleicht von anderen Geräten und Silhouette gewohnt bist. Eine weitere Technologie ist mit dem sogenannten IPT hinzugekommen. IPT steht für Intelligent Path Technology. Hier werden die Schnitte nicht mehr von Anfang bis Ende vollzogen, zum Beispiel bei einem Kreis, sondern in unterschiedliche Bereiche eingeteilt, die dafür sorgen, dass vor allem mehrlagige und dünne Materialien präzise geschnitten werden können, die man im Frühjahr gar nicht hätte sich vorstellen können, dass sie geschnitten werden können. Denn die Schneide-Einstellung wird automatisch so berechnet, dass so lange wie möglich das Papier von allen Seiten fixiert und gehalten werden kann und somit auch wirklich filigrane Schnitte auf dünnem Material möglich sind. IPT lässt sich über die Software aktivieren und hinzuschalten. Man muss dazu sagen, ist es aktiviert, dauert das Schneiden auch wesentlich länger, aber dafür soll sich die Qualität auf den Schnitt wirklich positiv auswirken. Was lässt sich noch sagen? Die insgesamt fünf neuen Werkzeuge sind alle mit dem Curio 2 kompatibel, also alles, was neu auf den Markt gekommen ist, ist mit dem Curio 2 einzusetzen. Genannt, also nennen möchte ich ein Foil Stamp, womit man eben auf Papier und Kunstleder direkte schöne Veredelungen durchführen kann. Der Power Engraver, wo Acrylplatten, Metallplatten graviert werden können. Das Punch Leather Tool, das heißt, das ist ein Tool, da werden direkte Löcher in das Leder geschnitten, um dann das Nähen mit Leder und so weiter vereinfachen zu können. Welches Leder genau geschnitten werden kann, welches nicht, das kann ich an dieser Stelle noch nicht beantworten. Hängt natürlich auch vom jeweiligen Leder ab, welches unterschiedlich hergestellt wird. Das muss man dann einfach ausprobieren. Dann gibt es das Embossing Tool, das Prägetool und einen speziell neu überarbeiteten Pen Holder, der auch für Kalligrafie, Schriften und künstlerische Sketches nun geeignet ist, was ich mir sehr schön eben auf Leinwänden vorstellen kann. Was das Schneiden selbst betrifft, so sind je nach Material drei Millimeter maximale Schnitttiefe möglich. Ja, das wäre mal so alles, was ich mir habe merken können, was ich über den Curio 2 erfahren habe. Ich hoffe, du konntest auch mit den eingeblendeten Bildern und Videos ein bisschen was anfangen. Wenn du noch Fragen zum Gerät hast, stell es mir doch gern in die Kommentare. Ich freue mich drauf, mit dir in Austausch zu treten. Ich bin gespannt, was du zu diesem Gerät sagst. Kannst du dir vorstellen, den Curio 2 interessant zu finden, dir den vielleicht zuzulegen? Ich bin selber sehr neugierig, muss ich sagen. Allerdings, soweit ich jetzt weiß, wird der Curio 2 aktuell ohne diesen zusätzlichen Werkzeugköpfen ausgeliefert. Diese musst du dir separat kaufen. Sie sind aber meines Wissens noch nicht im Handel. Ich denke, das wird aber in Kürze der Fall sein. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, den Curio 2 ein bisschen näher kennenzulernen. Ich schicke dir jetzt nochmal ganz liebe Grüße und freue mich, wie gesagt, auf unseren Austausch in den Kommentaren. Tschüss, baba.